Es ist Winter. Das ist vielleicht die Möglichkeit der Leute an sich zu befreien, genau so ist es. Victor Wechsel bei dem deutschen Team. Braun gekommen, unglücklich mit der Rückhand. Das war Strafzeit gegen den Kanarier. Wolf ist gehakt worden. Wir sehen noch einmal. Der hat eine überragende Saison gespielt. Victor Grund, dass das Außenseiter-Team aus der Autosgruppe deutscher Vizemeister wurde. Er hat gesagt, ich bin nicht müde, auch geistig nicht. Ich freue mich auf die WM und die Beispiele, die hat auch im Training unterstützt. Ich glaube auch, wenn man so ein gutes Jahr hat, wenn man wirklich im Pfad ist, dass so etwas mit der WM-Punkt, dass man auf dem Training noch Energie hat. Jetzt haben wir viele Schüsse aufs Tor gewohnt. Wir hatten einen Rekord aufgestellt in dieser Saison. Wir haben immer 2.000 Schüsse gehalten. Es gab so nie in der DL. Deutschland komplett. Deutschland komplett und die Nürnbergzahl. Jetzt müssen wir uns die Schalke holen. Und dann... Wir waren auf der anderen Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Jeg